CETA und TTIP, die Handelsabkommen der EU mit Kanada und den USA, drohen Demokratie und Rechtsstaat auszuhöhlen. CETA ist bereits fertig verhandelt. EU-Kommission und Bundesregierung wollen, dass das Abkommen im Oktober offiziell unterzeichnet wird und dann vorläufig in Kraft tritt. CETA ist brandgefährlich. Mit CETA bekommen wir TTIP durch die Hintertür. Beide Abkommen bedrohen öffentliche und gemeinnützige Dienstleistungen. Sonderklagerechte für Konzerne und noch mehr Einfluss für Lobbyisten. Das gefährdet unsere Demokratie und unsere kulturelle Vielfalt. Wenn CETA und TTIP kommen, dann drohen uns Fracking, Chemikalien im Trinkwasser und Gentechnik im Essen. Da habe ich keinen Bock drauf. CETA und TTIP sollen mehr vom Acker bleiben. Die Produkte der Agroindustrie schmecken mir einfach nicht. Deshalb gehe ich für eine bäuerliche, nachhaltige Landwirtschaft auf die Straße. Noch mehr Privatisierungen. Noch mehr Druck auf die Beschäftigten. Noch mehr Wettbewerb. Dazu sage ich Nein. Ohne unseren Protest wären TTIP und CETA längst Realität. Am 17. September werden bundesweit in sieben Städten Hunderttausende auf die Straße gehen. Unser Protest kommt genau zur richtigen Zeit. Zwei Tage nach den Demonstrationen wird die SPD über CETA abstimmen. Noch in derselben Woche treffen sich die EU-Handelsminister in Bratislava, um CETA endgültig zu beschließen. Noch nie war es so wichtig, unser Nein auf die Straße zu tragen. Aber die Chance war auch noch nie so groß, CETA und TTIP in Bratislava zu stoppen. Am Samstag, den 17. September, zeitgleich in sieben Städten. yo es nicht. Euer Mensch, als Schwierig.